Moin moin Leute und willkommen zu Varios Staffel 4, falls ihr euch fragen, wir haben zwei, drei ausgesagt, aber jetzt, wie ihr schon gesehen habt, kommt ein Comeback und zwei Sekunden geht's los, das ist mein Teampartner Green Hype, falls ihr bei ihm schaut, ich bin Mike Pichan, beziehungsweise Mike Pichasam auf YouTube und ich gehe da das Tokoro holen, falls es funktioniert, ok, let's go, let's go, let's go, let's go, ich spiele mit einer Rotzmaus, wenn du das Bescheid wirst, Ok, du hast Bescheid, ok, let's go, 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 yes, ich hab sogar, ich hab sogar, ok, ich hab Rüstung, ich hab Rüstung, ich komm, ich komm, ich komm, ok, ich bin in diesem Baum da, ja, aber wir kommen gerade voll viele zu dir hin, da kommt man voll, wir haben einen Plan, einen kleinen Plan, wirklich jetzt, ähm, ja, da sind mega viele bei dir, wo bist du, lauf weiter geradeaus, lauf weiter, das bist du nicht, das bist du nicht, wo bist du, ich bin einfach geradeaus gelaufen, einfach geradeaus durch den Berg, dann wieder runter, Ich hab Rüstung, ich hab ein Stückchen Rüstung, ich bin auf dem Baum, wo, wo bist du? Da, hier, nein, das ist Skopi, oh mein Gott, da bist du, hei, 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 komm, 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 ich bin bei dir, kommst du mir, kommst du mir, komm, ich bin bei dir, ich renne hinterher, ich renne hinterher, ich spring ins Wasser, wir gehen erstmal weiter weg, ja, in die Richtung, weil in die Richtung ist ja eine Solo hingelaufen, ich hab ein Stück Teppich, Alter, guck mich an, siehst du mich, siehst du mich, das ist meine Rüstung, ja, ja, guck, 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 ob jemand kommt, ja, bitte, äh, ich will wegrennen, ich will wegrennen, da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand, Da kommt jemand, renn, komm, in die Richtung, komm, folg mir, folg mir einfach, folg mir einfach, ja, wir werden verfolgt, scheiße, einer ist tot, first blood, wir wollen auf den einen, äh, Typen da gehen, der ist alleine, ich hab drei Holz, warte, ich mach mindestens ein Schwert, ja, warte, hier, wir gehen in den Wald, wir gehen in den Wald, und dann machst du, ich hab gerade Knöpfe gecrabbelt, kommst du? Ja, jetzt auf der Krat, oh, Junge, oh, fuck, oh, fuck, komm, 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 die verfolgen den schon, die verfolgen den schon, schade, egal, wir wollten irgendwo ein Holz und ein Flasblatt machen, aber hier, 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 genug, da, hier, hier, komm her, komm her, hier, folg mir, folg mir, folg mir, nehm, hier, die Bäume, ich fang immer schon, ja, ich auch, ich hab roten, fresh, leider, Sneaks, 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 nie, wenn du abbaust Ich mach ganz schön Schwert Ich hab Schwert gemacht Für die Leute, die nicht wissen, was Varios ist Ja, wir haben alle ein Leben Und das geht 15 Minuten Pro Tag ungefähr Wir versuchen uns einfach alle abzuklatschen, bis alle noch da steht Und wir sind ja, alle haben Teams Manche sind Solo, weiß nicht, warum man Solo spielen sollte Mehr brauchen wir eigentlich gleich erklären Ihr kennt ja alle meinen Kopf Passt, ich verhungere gerade Kannst du die ganzen Tiere umbringen Ja, 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 mach ich jetzt Sorry, jetzt auch Ich weiß, ich bin gerade sehr langsam, Leute Wir spielen übrigens mit dem Tetra Pak vom letzten Mal Bleib in meiner Nähe Da bist du, das bist du, okay Ja, ja Ist irgendjemand in unserer Nähe? Nee, ich glaube nicht Ich spiele leider, wie gesagt, mit einer Rotzmaus Weil meine Maus letztens kaputt gegangen ist Und ich mir jetzt demnächst meine neue Hohen muss Das heißt, in dieser Folge muss ich mit dieser Maus spielen Also, falls ich schlechter Oh, super, hier wäre sogar Zuckerrohr gewesen Wow, egal, nehm mit Ja, ja, natürlich nehm ich mit Jetzt haben wir genug Ja, hier ist ganz viel Scharf Wo hast du denn? Siehst mich? Ich habe gerade einen Namen gesehen, glaube ich Ich bin mir sicher Äh, kann sein Äh, bau uns ganz schnell Stein ab Ich? Guck du dich mal, guck du dich um Guck du dich um Soll ich mir Stein abbauen? Okay, ich baue du Stein abbauen Ich gucke mich nur, ne? Ich gucke mich nur, ne? Ja, warte, warte, warte Ich geh gerade ein paar Schafe Ich brauch essen Hast du genug Essen, um damit du rennen kannst, oder ähnlich so? Äh, gleich Äh, ja, 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 okay, soll ich schon mal essen, ne? Okay, hier ist Stein, baue einfach alles Ja, ich baue mich überhaupt, komm, geh weg Ich gucke, ob jemand kommt Jo Stirbt man am Hunger? Ja, ich glaube man stirbt am Hunger Ich bin mir jetzt auch mal nicht sicher Ähm, bisschen Info für die Leute, die die erste Staffel gesehen haben bei uns Wir waren ja im Finale, aber ich habe richtig reingeschossen, aber gut Äh, das ist normal Ähm Egal, du hast das in die Finale geschafft, das ist halt doch krass Ich weiß überhaupt nicht, was in 2, 3 passiert ist Äh, da kann Green halt ein bisschen mehr erzählen als ich Äh, das Server lag, ich kann nichts aufnehmen Das Server lag Jetzt kann ich was aufnehmen Ja Bist du das da oben? Okay, ja, mach mindestens schon mal 2 Schwerter Also komm mal wieder hoch und mach 2 Schwerter Ja, Moment, ich muss irgendwie Ah, Strömung Ja, warte Ja, so kommst du schon mal hoch Ach, scheiße, egal Äh, wo ist die Workbench? Äh, innen... äh, warte ich... Oh mein Gott, ich hab kein... Ich hab kein Holz Hast du Holz? Jo, also ich mach kurz Workbench Wir wollen aber jemanden abklatschen, ne? Wir rennen gleich weg Wir rennen gleich weg Also wir rennen jetzt weg, meine ich Ja, mach du mal die Schwerter Mach mal einfach die Schwerter Ich hab Schwerter Wo bist du? Wo bist du? Ich... ich... du shopst hier Wo bist du? Ich stehe dich tot Wo bist du? Ich seh dich nicht Da bist du Da, da, da Ich muss noch mal essen Achso, stimmt Moment, ich hier shoppische machen Aber wird schwierig mit Essen, ne? Ne, war auch noch ganz schnell Ich hab 10 Hammelfleisch Okay, wo wir jetzt wirklich suchen Wo wir jetzt wirklich suchen Ja, wir suchen jetzt jemanden Wir wollen abklatschen Mindestens eine Person will ich klatschen Ist mir egal Du weißt auch Du weißt auch, wen wir eigentlich suchen, ne? Ja, aber ich glaub Ist er schon tot? Glaubst du, der ist in der Nähe? Ich weiß Ne, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch Er wurde aber verfolgt Niemals hat er die anderen umgebracht Folgst du mir noch? Folgst du mir noch? Ja, ich bin hinter dir Gut, gut Das ist gut Aber spring nicht dabei Also sprinte einfach nur Spring aber nicht dabei, ne? Alles klar Pass Auch wenn wir nicht viel Zeit haben, ne? Wir wollen aber Ende der Folge in der Höhle sein Da lang wird, glaub ich, niemand sein Also wenn ich ganz ehrlich bin Ich glaub, da lang werden Leute sein Da lang, glaub ich Können wir doch irgendwas erzählen? Ich weiß halt nichts so Ich denk jetzt mal so, dass alles wieder wie bei 1 war Oder ist? Ja, ich glaub, ich finde jetzt keinen Scheiße, wir wollten mich hier umbringen Wollen wir mit ein bisschen Holz aufbauen? Ja, komm, komm, komm Folg mir mal Folg mir mal Wir gehen runter in Kann ich dich eigentlich pushen? Moment Ne, ich kann dich nicht pushen Äh Gibt's kein Befehl, wo man sieht, wie 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 Was für eine Zeit wir noch haben? Äh Müsste rechts stehen Zeit Neun Minuten Ja, okay Dann geben wir Ich wette mit die, die anderen haben schon Eisen 5 Minuten Ah, schon Ja, wie gut sein Ich will nur einen einzigen abklatschen Ah, wie verschwenden so viel Zeit, glaub ich Eigentlich müssten wir Ja, glaub ich auch irgendwie Das ist jetzt blöd Ähm Lass mal noch tryen Lass noch tryen Ja, ob wir Ja, aber nicht lange Wir wollen noch Eisen holen Ja, ja Hier ist eine Höhle, hier wäre eine gute Höhle Wollen wir da rein? Oh mein Gott Ja Warte Ich hab jetzt kein Essen mehr, by the way Du bist hinter mir, okay Ja, ja, ich bin hinter dir Ich folge dir, ich sehe dich Alles gut Äh Ich habe nur ein bisschen länger kein Mein Kampf mehr gespielt Jungs, das ist schwierig, wenn man keinen sieht, ne? Das Ding ist, mein ganzes Hammelfleisch ist jetzt wieder weg, obwohl ich es eigentlich braten wollte Ja, wollte ich auch gerade braten, aber ich habe gar kein Essen mehr Wir rennen gerade einfach nur in der Richtung Hütte, das weiß ich nicht Jemand spawnen Jemand spawnen Ne, lass nicht spawnen gehen, wirklich Wenn jemand das fragt, dann haben wir Das Ding ist, die haben alle bestimmt schon, ähm Ja Ein kleines Stückchen Eisen oder Leder oder so Und ich würde halt jetzt lieber gerne Ne Hülle Okay, wir gehen jetzt hier runter, ja? Wo runter? Äh, hier runter Hier ist ne Hülle, hier ist ne Hülle Kohle Okay Warte, warte, mach mal kurz den Werkbank, mach mal kurz den Werkbank Ja Wir brauchen Essen, by the way Ich habe genug für, äh, Ofen Und Das ist der falsche Stein Und ne Picke brauche ich Jaja Mann, ich craft, ich mach kurz ein bisschen, damit ich Picke machen kann Gib mir schon mal Stein Ne, warte ich, ich mach kurz, äh, ne Picke für dich Ja, danke Oh, ich, boah, mein Gott Zack und mir fehlt Doch nochmal ein bisschen was Moment Hast du wirklich kein Essen? Doch ein bisschen Ein bissel bissel Wieviel? Moment Ich mache einen Ofen Ich habe ja jetzt Kohle Ja Zack, zack Okay, äh, aber Sneaken, ne? Nicht vergessen Ich sneak, ich sneak gerade die ganze Zeit Äh, ich sollte mal vielleicht was Produktives machen Äh, vielleicht sehen wir noch Leute Kann gut witzig sein Ich baue mich mal hier ein bisschen runter Ich baue mich mal hier ein bisschen runter Ich baue alles Okay, ja Ähm Gehts weiter runter, hier ist auch Wasser Ich hoffe ihr seht was auf Youtube, weil der Youtube Kompressor macht ja alles dunkler Ähm, ich habe ein bisschen Essen Wenn du willst Ich habe Gama by the way Also ich brauche keinen Ja, ja Keine Fuckin Ich habe Essen, wenn du brauchst Aber nicht viel Ich würde nochmal hoch gehen Ich gehe nochmal hoch und fahre ein bisschen, okay? Äh, äh Ist so risky eigentlich, ne? Egal, ich gehe nochmal ein bisschen nach oben Wir haben zu wenig Das ist, das ist sehr risky Das ist mir gerade egal, du Das hier war zu zweit Das hier war zu zweit Ich baue hier gerade, warte Ich baue kurz Kohle zu Ende Ähm Level, alles, nichts was wir brauchen Junge, wo sollen die denn bitte Tiere sein? Ich bin gerade alleine unterwegs Ey, glaub mir, das ist der größte Fehler, dass wir jetzt getrennt sind, ne? Ach, passt schon Hast du mindestens Essen gebraten? Ja, dabei habe ich den nicht da gelassen, sorry Nee Ey, weil ich kann nicht mehr rennen, ich kann nichts machen Ich sag dir, wenn ich jemanden sehe Ah, ich bin glaube ich nähe Mitte Wir sind in der Nähe von der Mitte, das ist schlecht Geh, überweg Geh, überweg Geh, lieber Bist du, wo bist du? Wir sollten wieder zurückrennen, wo wir vorhin waren, okay? Wollen wir da zurückrennen? Geh mal zurück Geh mal zurück, wo ich gerade, wo wir gerade gefahren haben Ich bin hinter dir Was? Äh, da unten geht es weiter, da unten ist Wasser und so Wirklich Vielleicht, vielleicht Ja, weil wir essen Warte, hier, ich gebe dir das Stück was noch ab Glaub ich nicht Äh, warum wird es so lang? Ne, ich muss es leider auch jetzt essen Ja, lass doch die Oberfläche nicht, dass wir verhungern, oder? Jetzt bin ich schon wieder auf, Junge Wolltest du früher sagen müssen Ich baue jetzt erst mal die Kohle ab Hey, hier geht es halt runter, ne? Ich weiß nicht, ob ich runter gehen soll Ah, schuld Alles einfach mal Wir haben nur noch 5 Minuten Danach müssen wir direkt die nächste Folge aufnehmen, damit wir irgendwas heute erreicht haben Okay, hier ist nur Gold und so, aber mehr gibt es hier auch nicht Ich dachte, ich hätte Eisen gesehen Oh, oh Ja, okay In 5 Minuten, ja, okay, lass die Oberfläche Ähm, hier erste Folge ist auf jeden Fall nächstens, glaube ich Ja, ist halt typische erste Folge, leider Aber, Leute, es wird noch interessanter Deshalb Abo da lassen und Glocke aktivieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst Wo bist du? Ich baue mich einfach mit dem Ofen hoch Wo bist du? Ja, ich bin da Ah, da, ich sehe deinen Namen Mit dem Ofen noch nicht Digga, was ist los bei dir? Du hast nichts Egal Ich habe zumindest so einen freshen Brustpanzer Dann tue ich mir noch ein bisschen Stein mitnehmen Aber wo bist du? Du bist ja schon mal Oberfläche, ne? Das sieht man Äh, geh mal nochmal zu mir Komm mal zu mir Da bist du Greenheit Komm mal zu mir, komm zu mir, siehst meinen Namen Ich sehe deinen Namen nicht, wenn ich ehrlich bin Hm Wo bist du denn? Siehst du mich jetzt? Ah doch Komm, folge mir, folge mir Dahinten waren Tiere Glaube ich Ja Mhm Gehen in die Richtung, würde ich sagen Sprint lieber nicht, obwohl Ja Ich weiß nicht Wir wollen ja noch was in dieser Folge erreichen Ja Genieß einfach die Musik im Hintergrund Mehr kann ich nicht sagen Danke Was passiert Ich glaube ich mache irgendeine nice Musik Die geht zum Hintergrund Das kann doch nicht wahr sein, dass hier echt keine Tiere sind Glaubst du die wurden alle schon gelootet? Fluffy 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 Ah Jung Das mache ich jetzt im Hintergrund an Äh Naja Genau Wirklich niemand Ich kann nicht mehr rennen Also ich kann Ich sag's dir ganz ehrlich Wir sind tot, wenn uns jetzt jemand sieht Weil wir haben kein Essen und wir können Sprinten Okay, was mit der Zeit passiert Äh Aber es kommen keine Mobs draußen Ist das normal? Äh Eigentlich ja nicht Wenn wir anfangen zu spawnen Dann bauen wir uns einfach direkt runter Okay Weil ich habe jetzt keinen Bock Erste Folge auf Mobkampf Wir sollten uns eh gleich einbauen Wenn dann die Folge zu sein ist Wir nehmen dann direkt die nächste auf würde ich sagen Mhm Drei Minuten Ja ich hab's verstanden Das ist einfach das dümmste comeback meines Lebens Wir sollten aber nicht zu weit zu Border gehen Weil sonst wenn die random einfach zugemacht wird Weil ich hatte das mal Das kann ich mal kurz erzählen In so einem random Varo Das hatte ich sogar aufgenommen Aber ich hab's nie erzählt Ähm Das gibt's doch auch online Da Da hatten wir Da unten sind zwei Da unten sind zwei Ey da unten sind zwei Loll Das sind zwei Warte Warte Wer? War ja Optifine Wo sind sie? War das nix 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 Ey die kommen hoch glaube ich Ich glaub die kommen hoch Ich kann nicht rennen Da da der kommt hoch Die kommen hoch Oh mein Gott Folge 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 Wo bist du Wo bist du Folg mir siehst mich nicht Ich seh dich nicht Ich seh dich nicht Doch hier oben hier oben hier oben Komm 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 Kommst du mir kommst du mir Junge du bist in die voll falsche Richtung Hier 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 siehst du mich siehst du mich Nein Wir haben verkracht Wir haben so verkracht Wir sind tot Wir sind tot Wo bist du? Geh einfach meine Richtung Du hast mich doch grad gesehen welche Richtung Nö Ich weiß nicht wo du bist Ist mir auch grad so egal Ja ich geh jetzt auf das Schaf hin Oh mein Gott ich seh die Ich seh die Das bin ich Achso Achso Ich hab mich grad so tot erschreckt Einfach wirklich Hast du einen Ofen grad dabei? The fuck? Ne Wir bei uns warte wir bei uns hier Ey wir sind in der Nähe von denen Nein nein die sind weg gerannt Leider Ja Ja dann verfolgen die einfach nächste Woche Nächste Woche Ja vielleicht Nächste Woche Ähm Ja können wir doch nächste Woche verfolgen Ich hab jetzt äh ein bisschen stuff Komm lass uns einbauen Obwohl ein bisschen geil einbauen wir gehen ja eh sofort drauf Ich wollt grad die Öfen machen wegen das Fleisch Wurde ich grad noch warten Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du denn? Ich seh dich nicht Ich in Sneaker doch die ganze Zeit Wurde fuck Ich seh dich halt wirklich nicht Ja guck Hinter dir hinter dir Da Ja das wars auf jeden Fall dann Würde ich sagen Hinter dir Wo Ah da hi Ich hab ein halbes Herz Moment ich erstmal kurz So Egal das brannt sich dann Wuiiii So guys we did it Anni wir dürfen ja nicht verlassen Warte ich pack rein Ähm ich mach einfach weiter Womit baue ich zu Ich hab kein Dirt Warte ich hol mir kurz Dirt Hier ist auch Iron perfekt Wir können direkt dann äh schonmal Full Iron nächste Folge kappern Ok guckst du mich? Guckst du mich an? Ja was ist? Oh das ist schlecht Jetzt kommen wir nicht an den Ofen dran Oh Gott Passt Wie viel Zeit wir haben noch 30 Sekunden Ok ich hab Essen Ja Kommst du? Nein lass dir was Ja Lass doch erstmal fahren oder da Lass doch erstmal fahren oder da Lass doch erstmal fahren oder da Lass doch erstmal mit Brot Das machen wir dann nächste Folge Lass mal ganz kurz äh Minute auffällen und äh Nächste Folge planen oder? Ja machen wir Also wenn es euch gefallen hat Dann schaut das nächste Mal wieder vorbei Ich hoffe euch gefällt das Projekt Und mein Scan New und äh Greenlight könnt ihr auch abonnieren Genauso wie mich Wir sehen uns Ja finde ich Ich auch Haut rein Ciao Ciao